Und, und, wie war's? Wie war's? Erzähl! Hat sich schlapp gelacht. Wir müssen das erzählen. Entschuldigung, jetzt schweigst du mal still hier und iss mal deine Currywurst schön, ja? Und? Wie ist sie? Mhhh! Das ist die Currywurst. Wir sind hier Buchen-Kortumstraße, Bermuda-Dreieck. Wir sind an der berühmtesten Currywurst der Welt, des Universums. Bratwursthaus. Hier haben sie gestanden. Dieter Krebs und der Triebel haben hier gestanden und haben das Lied erfunden. Gehst du in die Stadt? Was macht dich da satt? Die Currywurst. Kommst du vor ne Schicht? Unser Herbert hat das dann auf Platte gemacht. Unser Herbert aus Bochum. Hä? Der Herbert ist ja aus Göttingen. Natürlich ist er aus Göttingen, aber das musst du aber auch einsehen. Ich meine, ich sehe nicht, wurde die Currywurst hier erfunden. Ja, Moment, die einen sagen so, die anderen sagen so. Hör mal, das ist doch mal gut, das reicht aber. Das ist so ne... Nachtisch? Ollo. Noch zwei Currywurst, bitte. Nee, 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 komm, ich weiß was Besseres. Was denn? Komm. Ich seh? Dann совершen. Ohwe. Aber ... Puh.